Jesus sagt uns in Matthäus 16, Vers 3, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen müssen, doch die Zeichen der Endzeit kann man nur dann erkennen, wenn man weiß, was die Bibel über die Endzeit prophezeit hat. So kann man auch nur den Antichristen erkennen, wenn wir wissen, was die Bibel über den Antichristen prophezeite, weswegen wir uns einmal 10 Merkmale des Antichristen anschauen wollen. Legen wir los. Merkmal Nummer 1. Der König In Daniel Kapitel 11 heißt es ab Vers 21 über den Antichristen, An seiner Stelle wird ein Verachteter aufkommen, der Antichrist, dem die königliche Würde nicht zugedacht war, aber wird unversehens kommen und sich durch Schmeichelein des Königtums bemächtigen. Und er wird die, welche gegen den Bund frefeln, durch Schmeichelein zum Abfall verleiten, die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Der Antichrist wird also als König regieren und viele durch seine Schmeichelein zum Abfall verleiten, so wie auch im zweiten Thessalonicher Brief Kapitel 2 Vers 3 geschrieben steht, dass unbedingt zuerst der Abfall kommen muss, nämlich der Antichrist, der auch als Mensch der Sünde und als der Sohn des Verderbens bezeichnet wird. Außerdem heißt es in Ezekiel 21 ab Vers 30, Der Antichrist wird also kein Präsident der Europäischen Union oder der USA sein und auch kein Papst, wie viele leider glauben, sondern ein König Israels, so wie auch Jesus der König Israels ist, den der Antichrist kopieren möchte. Merkmal Nummer 2 Die Regierungszeit Viele Könige, wie zum Beispiel in England, haben viele Jahrzehnte als König oder Königin regiert, doch die Regierungszeit des Antichristen wird verhältnismäßig kurz sein, denn in Daniel 9 Vers 27 steht geschrieben, Und er, der Antichrist, wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Doch diese eine Woche entspricht nicht sieben Werktagen, sondern sieben Jahren, in denen der Antichrist einen Bund schließen wird, so wie auch Jesus mit uns einen neuen Bund geschlossen hat. Doch dieser Bund, der eine Art Friedensvertrag mit den Völkern sein könnte, wird nicht lange halten, weil der Antichrist in der Mitte der sieben Jahre, also nach dreieinhalb Jahren, diesen Bund brechen wird. Darum heißt es auch im 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 3, Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Merkmal Nummer 3 Der Gesetzlose Über den Antichristen wird in Daniel 7, Vers 25 folgendes prophezeit. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seiner Hand gegeben, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. In der letzten Phase der Drangsal, die auch als die große Drangsal bezeichnet wird, ändert der Antichrist für die letzten dreieinhalb Jahre seiner Regierungszeit das Gesetz und auch die Festzeiten, weswegen der Antichrist, wie wir in Hesekiel 21, Vers 30 gelesen haben, auch als entweiter Gesetzloser bezeichnet wird. Auch im Neuen Testament wird der Antichrist als der Gesetzlose bezeichnet, denn im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 8 heißt es, Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, der Antichrist, den der Herr, Jesus, verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Denn Jesus hat uns vor 2000 Jahren gewarnt, dass wir nicht die Gesetzlosigkeit tun und lehren sollen, sondern das Gesetz Gottes tun und lehren sollen. So sagte Jesus in Matthäus 5, Abvers 18 in Kapitel 7, Vers 23 und in Kapitel 24, Vers 12, Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir ihr Gesetzlosen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Merkmal Nummer 4 Der Sohn Gottes Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Abvers 18 und in Kapitel 4, Vers 3 heißt es, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet, nämlich den Sohn Gottes. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt, und jetzt schon ist er in der Welt. Der Antichrist wird Jesus nicht leugnen, sondern er wird einen falschen Jesus verkündigen, indem er leugnen wird, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass Jesus präexistent ist, also dass Jesus schon lebte, bevor er vor 2000 Jahren als Mensch in die Welt kam, denn Jesus sagte in Johannes 8, Vers 58, dass Jesus schon lebte, ehe Abraham war, weil Gott laut Bibel alles durch seinen Sohn Jesus Christus erschaffen hat. Jesus sagt an unzähligen Stellen, dass er der Sohn Gottes ist, wie zum Beispiel in Matthäus 27, Vers 43, oder in Johannes 10, Vers 36. Darum heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, dass Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Merkmal Nummer 5 Der dritte Tempel Im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, heißt es ab Vers 3, Der Sohn des Verderbens, der Antichrist, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Laut Bibel ist unser Körper ein Tempel Gottes, in dem der Heilige Geist wohnen soll, doch es wird bald noch einen dritten Tempel Gottes in Israel geben, den der Antichrist durch seine Gotteslästerungen entweihen wird, indem er sich selbst als Gott ausgibt. Der Tempel an sich ist nichts Schlimmes, denn es ist ja laut Bibel der Tempel Gottes, der im Buch Ezekiel und im Buch der Offenbarung beschrieben wird. So heißt es zum Beispiel in Offenbarung 12, ab Vers 1, Und mir wurde eine Messroute gegeben, gleich einem Stab, und der Engel stand da und sagte, Mache dich auf und miss den Tempel Gottes, samt dem Altar, und die, welche darin anbeten. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden, und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Nämlich dreieinhalb Jahre, was der Zeit der großen Drangsal entspricht, wenn der Antichrist seinen Bund brechen, das Gesetz ändern und sich im Tempel Gottes als Gott ausgeben wird. Merkmal Nummer 6 Der Gräuel der Verwüstung Im Buch Daniel wird in Kapitel 9, Vers 27 folgendes prophezeit. Und er, der Antichrist, wird mit den Fienen einen festen Bund schließen, eine Woche lang, sieben Jahre, und in der Mitte der Woche, nach dreieinhalb Jahren, wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen, und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Man kann davon ausgehen, dass im dritten Tempel also wieder Schlacht und Speisopfer eingeführt werden, die der Antichrist abschafft und durch den Gräuel der Verwüstung ersetzen wird, was identisch mit dem Bild des Tieres aus Offenbarung Kapitel 13 ist, einem Götzenbild am Tempel Gottes, über das ich schon einige Videos gemacht habe. So heißt es in Offenbarung 13, Vers 15 Auch Jesus hat vor diesem Bild des Tieres bzw. dem Gräuel der Verwüstung gewarnt, denn Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 15 Merkmal Nummer 7 Israel besteht aus zwölf Stämmen, die in zwei Häuser aufgeteilt sind, nämlich zwei Stämme des Hauses Judah, also die Juden, und die zehn nicht-jüdischen Stämme des Hauses Israels. Da der Antichrist nicht als König der Juden, sondern als König Israels bezeichnet wird, hat der Antichrist das Ziel, die zehn Könige des Hauses Israels in seinem Königreich zu vereinen. Deswegen heißt es in Offenbarung 17, Abvers 12 Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Reich empfangen haben, nämlich Israel, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier, dem Antichristen. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Und die zehn Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen, die Hure Babylon, und sie verwüßen und entblößen, und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Der Antichrist und seine zehn Könige werden also die Hure Babylon zerstören, damit sich der Antichrist als Held feiern lassen kann. Auch hier kopiert der Antichrist den wahren Messias, denn Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 24, dass er nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt wurde, zu denen wir als Christen gehören. Merkmal Nummer 8 Die zwei Endzeitpropheten Der Antichrist wird nicht nur für die Zerstörung der Hure Babylon sorgen, sondern auch für die Ermordung der zwei Endzeitpropheten Gottes, wofür der Antichrist ebenfalls von den Menschen gefeiert wird. So heißt es in Offenbarung 11, ab Vers 7 Und wenn sie, die zwei Endzeitpropheten, ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, nämlich der Antichrist, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und vorlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Propheten Gottes sind nämlich nicht gerade sehr beliebt, vor allem nicht im Volk Gottes, weil sie die Menschen zu Buße aufrufen und den Menschen ihre bösen Werke vor Augen halten, was auch in der Drangsal der Fall sein wird, wenn die Zweitzeitpropheten die Gesetzlosigkeit der Menschen kritisieren und zur Gehorsamkeit gegenüber Gottes Geboten aufrufen werden. Deswegen heißt es in Offenbarung 16, Vers 11 und in Kapitel 22, Abvers 14 und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Glückselig sind, die seine Gebote tun, die Gebote Gottes, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können, ins neue Jerusalem. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Merkmal Nummer 9 Die Auferstehung Eines der größten Wunder geschah vor 2000 Jahren, in dem Jesus von den Toten auferstanden ist und selbst dieses Wunder wird der Antichrist durch den Teufel versuchen nachzuahmen. So heißt es in Offenbarung 13, Abvers 3 Diese Auferstehung könnte der Teufel folgendermaßen bewerkstelligen, denn im zweiten Buch der Könige heißt es in Kapitel 13, Vers 21 Und es geschah, als man einen Mann begrub, da sahen sie plötzlich die Streifschar kommen und sie warfen den Mann in das Grab Elisas, eines Propheten Gottes. Und sobald der Mann hinabkam und die Gebeine Elisas berührte, wurde er lebendig und stellte sich aufrecht auf seine Füße. Deswegen heißt es auch in Judas 1, Vers 9 Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästernes Urteil zu fällen, sondern sprach Der Herr strafe dich Wenn der Teufel also in Besitz der Gebeine von Moses oder eines anderen Propheten Gottes ist, dann könnte der Teufel also den Antichristen dadurch von den Toten auferwecken, doch in Offenbarung 17, Vers 8 lesen wir, dass das Tier, also der Antichrist, zwar aus dem Abgrund heraufkommen wird, aber schließlich ins Verderben läuft. Merkmal Nummer 10 Der Dämon Der Grund dafür, dass der Antichrist große Wunder vollbringen, Hass auf Gott, Israel und die Christen hat, liegt daran, dass der Antichrist dämonisch besessen sein wird. So heißt es in Offenbarung 16, Vers 13 Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres, des Antichristen und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Frösche sind laut den Speisegeboten Gottes nämlich unreine Tiere, weswegen diese drei Dämonen auch als unreine Geister bezeichnet werden, so wie zum Beispiel auch in Saharia Kapitel 5 zwei gefallene Engel erwähnt werden, die ebenfalls mit unreinen Tieren symbolisiert werden, nämlich mit Störchen. Diese ganzen Zeichen, Wunder, Gräuhtaten und Irrlehren vollbringen also in Wahrheit Satan und seine Dämonen, und zwar durch den Antichristen und andere Menschen, die Satan für seine Agenda auserwählt hat. Darum heißt es im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1, im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1 und in Offenbarung 16, Vers 14 Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geiste, ob sie aus Gott sind. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jedem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Doch diesen Kampf, der vor allem auch ein geistiger Kampf ist, wird der Antichrist schließlich verlieren und wie gesagt ins Verderben laufen, nämlich in den Feuersee. So heißt es in Offenbarung 19, Vers 20 und in Kapitel 20, Abvers 14 Und das Tier, nämlich Dantichrist, wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das Volk Gottes in der Drangsaal, aber schon heute, hat vor allem zwei Merkmale, nämlich den Glauben an den biblischen Jesus und das Halten der biblischen Gebote Gottes. So heißt es in Offenbarung 12, Vers 17 und in Kapitel 14, Vers 12 Und der Drache, Satan, wurde zornig über die Frau, das Volk Gottes, und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Es ist also Zeit, seinen Glauben zu überprüfen, seine Gehorsamkeit gegenüber den Geboten Gottes zu prüfen und zu überprüfen, ob man die Zeichen der Zeit erkannt hat, denn die Prüfungen werden kommen, weswegen wir nur mit Gottes Hilfe diese Prüfungen meistern können. Lang leben die Könige, doch ewig lebt der König der Könige, Jesus Christus, der den Antichrist beseitigen und Gottes Königreich auf dieser Erde errichten wird. Gott sei Dank! In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video, abonniert und unterstützt gerne den Kanal und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel und fragen Sie Gott um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt bald ans Tageslicht, der König Israels, der Richter der Welt und Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen! Amen und Gottes Segen!